Herzlich Willkommen bei unserer Track Road Show von GUTWEI, die wir zusammen mit unserem Partner BAIWA.RE dieses Jahr realisieren an einer wunderschönen Location. Hier am besten Wetter, Photovoltaik, Wetter pur. Wir freuen uns auf ganz viele Installateure, die uns hier besuchen, auch viele tolle Gespräche, leckeres Essen auch noch später und dass wir die Speicher hier schön alle voll machen. Mein Name ist Elmar Müller, ich bin selbst Geschäftsführer und Inhaber von der Müller Energie. Also mein Name ist Hannabau-Adlbert, ich bin seit 30 Jahren im PV-Geschäft. Ich habe gut wie eben vor ein paar Jahren ist mir schon aufgefallen, dass hier was Neues wächst und es ein neuer, innovativer Hersteller eben auf den Markt gekommen ist, insbesondere auf dem Hybridsektor, der ja schwach besetzt war. Die Geräte zwischen 15 und 30 kW, die Hybridgeräte, ist ja im Moment einzigartig in der Industrie, zumindest in dieser Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Konzept, was sie haben, das ist eigentlich fortschrittlich und gerade mit der automatischen Umschaltung gibt es nicht so viele, die das machen. Ja, es hat mir also die Art und Weise auch von dem Team hier, von den Leuten, die wir hier kennengelernt haben, wie gut wie sich hier aufstellt und damit auch ein gutes Interface zu den Kunden und zu den Lieferanten eben herstellt, zusätzlich zu dem, was ich über die Produkte schon gesagt habe. Ja, wir haben schon einige Goodways verbaut. Der Hybridwechselrichter ist für uns, das ist vor allem nicht das A und O. Wir sind seit ungefähr fünf Jahren bei BAIWA RE und beziehen komplett unsere Unterkonstruktion für die PV-Montage. Wir schätzen vor allen Dingen also, dass man hier sehr regional nahe dran ist, einen sehr menschlichen, guten Kontakt hat, Umgang miteinander pflegt und sich aufeinander verlassen.